Er war der Typ, der in der Ecke stand und der kein Madel fand, Jodelarie. Er war der Typ, den jede übersah, weil er so schüchtern war, Jodelarie. Eines Tages zog er fort, an einem unbekannten Ort. Viele Jahre war er weg und dann wurde er entdeckt. Yeah, 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 yeah. Er ist der DJ aus dem Wägel und er rockt das Haus und die Leute blicken aus. Er ist der DJ aus dem Wägel und er rockt das Haus und die Leute blicken aus. La, 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 la Sie wollten seinen Ruhm, die Jodolai. Er fand die Haas auf seinen DJ-Pult, das hat er nie gewollt, die Jodolai. Plötzlich hat er sie gesehen, super schief, dann stand sie da. Sie hatte eine Brille auf, doch für ihn war sie ein Star. Ja, 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 ja. Der DJ aus den Bergen legt lang schon nicht mehr auf, hat sich mit seiner Liebsten den Hof im Tal gekauft. Nur heute, bei seiner Hochzeit, zum allerletzten Mal, ist er noch einmal DJ. Es tanzt das ganze Tal. Er ist der DJ aus den Bergen, und er rockt das Haus und die Leute bitten aus. Er ist der DJ aus den Bergen, und er rockt das Haus und die Leute bitten aus. La 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 Vielen Dank.